erhalten kompromiss zumal eisen ja schon im hauptlager abgelegt wird schuhe holen das habe du erst einmal wieder leben da da ja 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 Achso, Alf ist fungerig. Okay. Oh, ich hab ja vergessen. Speermacher, Bogenmacher. Das werde ich auch hier unten bauen. Und dafür werde ich dann sagen, dass ich gerne 10 Leder hier hätte. Ja, ihr Werkzeugschmied. Also ja, gibt noch genug zu tun. Ihr baut jetzt erstmal die Speermacherei für mich da unten. Ich bin ein. Ich bin ein. und Goldschmied erfunden. Sehr schön. Ernsthaft. Du bringst die Goldnuggets lieber als Vorratszelt. Auch gut. Also ja, wir haben noch sehr viel aufzubauen. Wie gesagt, auch immer Kompromisse finden. Äh, na, nicht... nicht da hin. Da würden wir uns nämlich unsere Ackerfläche zubauen. Sollen lieber hier so hin. Da sind sie ja auch nicht zu weit weg. Ich glaube, ich sollte wirklich dann noch einen Holzfäller einstellen. Aber nee, oder? Nee, zwei reichen. Der eine zieht einfach um. Ein Job, ob ich hier nicht hade. Säletzt du auch mal? people oh Gott er musste den ganzen Weg da rum Geben wir mal deinen Träger den mach ich mal kurzzeitig zum Händler Da wir genug Nahrung haben Was wollen wir hier oben? Holz auf jeden Fall haben Und Gold Oder das war's eigentlich? So, Kaserne wird gebaut So, Kaserne wird gebaut So, du die Fastenhaarung Das wird erstmal reichen an Nahrung Wir fangen mal lieber die anderen Sachen Also hauptsächlich Geschirr und Ölfläschchen So, kaserne So, kaserne So, kaserne Okay, Schwertschmiede ist bald fertig. Schwertschmiede ist fertig. Mit den Frieden, 15 Werkzeuge. Okay. Okay, du arbeite mal da und hol die Eisenwerkzeuge bitte rein. Und ja, ich weiß nicht, ich missbrauche jetzt gerade die Träger von Bäckerei und Bierbrauer. Aber im Augenblick sind die eh nicht ganz so notwendig, sage ich jetzt mal. Hey, Öl und Geschirr kommt. Du, mach mir mal wieder den Tisch noch im Augenblick. Und ja, hier oben gibt es noch ein bisschen Holz zum Abholzen auf jeden Fall. So, da habe ich noch das Holz hier drüben. Und das Holz hier oben. Äh, habe ich die nicht eigentlich gerade zum Essen geschickt? Sören. Da habe ich mich verklickt. Jetzt habe ich dich auf jeden Fall zum Essen geschickt. Ja, leider, es höre dich meine einen Mann an mir. Äh, du hast Warnmenge hergestellt. Gut. Wobei, zieh doch mal um schon mal. Täpferei steht schon lange leer. Ist aber kein Problem. Geschirr haben wir noch mehr als genug. Rüstungsspiel ist fertig. Gut, das heißt nur noch Kaserne und was zweimal hinaus müssen gebaut werden. Ach ja, und du warst erfahren, konnte es trainiert werden. Gut. Ha, und wir kriegen eins zum Werkzeug. Rein. Gut, Kaserne ist fertig. Aber das mit den Trägern machen, wäre es mal noch nicht. Und hier oben nehmen wir erst mal wieder alles weg. Damit der leer zurückkehrt und wir ihn wieder zum Träger des Bierbrauers machen können. Ja. So. Der besteht schon lange leer. Ja, dafür kriegen wir wieder Pilze. Und du sorgst für Holz hier unten. Oh, ist so etwa Möbel. Ach ja, unser Jäger. Kann jetzt Schäfer werden. Da haben wir auch erst mal da unten einziehen. Ich merke, du hast bald kein Leben mehr. Hier. Ich versuche nun halt nicht zuhause. Untertitelung des ZDF, 2020